Fresse halten Fische Schwul Behindert und schwul Swammer Swammer ist die neueste Erfindung von Browning Diese automatisierte explodierende Munition ist momentan das präziseste, tödlichste Kampfmittel auf dem Markt Wie lecker Simon Fangirl, lass bitte diese Hackversuche Du Arschloch Simon, du wirst meinen Freund umbringen, bevor er aus dem Knast rauskommt und...